ARD Text im Auftrag von Funk Ah ja, gut luck Good look Good look Ein wunderschönes Rennen Good cook Oh Ach du Heimatland Einen hätte ich den kürzeren genommen Einen anderen PR4 Die langwärts schön genommen Ach komm Da ging's in die Brühe Brühe? Suppe? Ja, was geht denn jetzt? Schenk Schenk zwischen so zwei Dingen? Ja, komm doch nicht drüber Was war das denn? Obwohl die Volk ausgefroren wird Ja, ja, ich war auch nicht lang so eben Ich hätte auch drauf bekommen müssen Ich bleib wieder hier hängen, das gibt's doch gar nicht Ich hab diesmal die Schnauze angehoben Na hochnäsig unterwegs Hochnäsig Zunehmig 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 Am Alten Das ist eher seltenere Natur 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 Wie hab ich ja Formel 1 Reifen Woher komm ich halt nicht durch? Vielleicht mit dem Boost? Ne, hab ich vorens probiert Das ist so unterschiedlich, ne? Du hast einen kurzen, ich hab einen langen Formel 1 Wach Das können wir nicht durch Ja, ich hab ja auch diesen BER8 Mhm Ich hab den kurzen Ich bin durchgekommen Ja, die doch Ich hab den Speed am Ende gedrückt ein stück Ich hab den Machen Ich hab die zum Aufschlansen Ich hab den Knie 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 Was sag ich denn hier für'n Bifta? Das ist aber nicht meiner. Bifta! Bifta, Bifta. Der Bifi. Endlich geschafft. Ach komm, rutsch da wieder runter da. Ohne Schienen! Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Der Berater sieht gut aus, ne? Die Farbe hier. Wastelander. Der rostige LKW. Der Berater mit Brennys hier oder was, wa? Der Berater. Oh nein! 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 Ah. Scheiß Radar-Ding hier, ey. Ja. Mit dem, mit dem Monster Shock, ne? Ja. Ach, jetzt rutsch ich schon wieder runter. Ja. 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 Ziel. Gut, ne? Glückwunsch. Danke. Glückwunsch. Wiebude, aus. Oh, oh. Oh, wiebude. Oh, wiebude. Nicht rutschen. Nicht rutschen. Oh, LKW. Oh, Liberator ganz in Schwarz hätt ich noch nie. Sieht gut aus auf jeden Fall, ne? Ach kacke. Ich hab nicht gemodelt, das wird... Tö, ich müsste schnell fahren, ja. Ja, und gleich noch Sprung. Endlich. Zweimal der Kack. Alter, war ein Brumhaus. Scheiße. Na endlich. Ach, was da an den Schraben gehört. Ach, wie zu langsam, oder? Komm, geh da durch. Hm. Ach, wie zu langsam, oder? Hä 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 hä. Oh, Ronny, das sah gut aus. Ja, hast du gesehen, ne? Mhm. Stand. Leichter Kopfstand. Ja. Wie die das immer machen mit ihren Dingern da. Mhm. Oh, Ziel. Glückwunsch. Danke. Interessant, danke. Ja, schön. Ja. Da ist er. Oh, kann doch reinfahren. Mit Glückwunsch. Danke. Gut, gut. Danke, danke. So, reicht aber auch für heute bei mir. Zwei Uhr. Macht doch Feierabend. Ja, sie. Hat er gebonnen. Ja. 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 Vielen Dank.